Einen wunderschönen Winterabend hier in der Schaulicht in Ruperts Berg. Ich kann nur sagen, let's get ready to rumble. Heute Abend erleben wir eine der geilsten Bands der Neuzeit. Viele kennen den Lio schon seit Urzeiten. Nächstes Jahr, jetzt in Woodstock, ja zum 50. Mal. Lio stand damals schon auf der Bühne in Woodstock, hat mit Take This After riesen Erfolg gefeiert, hat dann, nachdem Erwin ausgestiegen war, beziehungsweise leider verstorben war, einen super Gitarristen kennengelernt mit Joe Butch, hat eine neue Band gegründet haben, und Seminy Split, die wir heute Abend erleben. Und ich freue mich auf ein wahnsinnig geiles Konzert. Ich habe heute Nachmittag den Soundcheck dermaßen genossen. Mich hat es hier durch den Sound gefehlt, das war eine wahre Freude. Ich wünsche euch mit dem Seminy Split einen riesen Spaß heute Abend. Viel Spaß! Und ich freue mich auf den Themen und Natur und Ganze Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.